Ich weiß jetzt nicht, wo ich langen muss, aber hier ist ja auch ein Portal. Ähm... Ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, weil... Ich glaube, ich muss mir wohl irgendeine Mauerzeit trümmern. Naja, egal, der Ritter ist mir eigentlich lieber. So. Wenn nicht, dann metzeln wir die Gegner nieder und danach verwandeln wir uns zurück. Mal schauen, wie es hier läuft und so. Hier runter. Und diesen Raum kenne ich noch. Da oben führen die Lifte lang. Der ist mir da oben auch noch auf so einem Lift, dann später. Also, das ist später gleich, dann so. Ja. Natürlich. Ja. Nee, so, jetzt ist das massvoll. Jetzt mach ich euch alle platt hier. Jetzt gibt's keiner Waren mehr. Hat's auch vorher nicht gegeben. Und jetzt wird's aber nie in die Tat umgesetzt, dass ich ein bisschen netter zu euch sein möchte. Hatte ich mir echt überlegt, aber jetzt ist vorbei. Tum' mir nicht. Ich hab auch mal so ne Fähigkeit. Äh... Die Frieden erlernen kann, muss, soll, was weiß ich. Jedenfalls ist es dem seine Fähigkeit. Äh... Ja. Doch, okay, ich brauch wohl jetzt grad doch nicht. Lass mal alle zum Leben erwecken und danach werde ich ihn niedermetzeln, so. Takt mir echt leid. Wo jetzt noch die Mutter von denen, so. Da, das war jetzt die ganze Familie. Nee, hier ist noch Opa und Oma. Ach, Quatsch, tut mir leid, ist ja die Tante. Okay. Und hier sind noch ein paar Dinos. Ich denke mal, das sollen Dinos sein. Hm. Upsala. Upsala. So, ich find dich auch noch. Und das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So. Lebensenergie! Okay, wir fangen einen neuen Kreis, eine neue Kugel an, was weiß ich. Und ich glaube... Vielleicht... Dass man die Wand da kaputt machen kann. Ja, aber hier kann ich mich nämlich nur in den Bild zurückverwandeln. Mach ich das mal grad? Oh, komm, ein bisschen vorspulen, weil... Das dauert mir dann doch echt zu lang. Der ist echt immer hin- und hergerissen. Da weiß er doch, wenn er das nächste Mal so ein... ...Portal findet, kann er sich zurückverwandern. Ich weiß jetzt echt nicht. Das hat sich jetzt aber gar nicht angelt. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Hätten die das nicht auf das Portal da vorne verlegen können. Dann hast du Friedenskraft. So, verwandeln wir uns als erstes in den zurück. Und dann gibt's dir auch schon... Und die bringt uns ganz viel, da wir damit irgendwie... ...so rote Bälle schießen können. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, dass es unbedingt Feuerwelle sein soll. Ich weiß, das heißt ja nicht Freia, das heißt Freia, steht da. Wäre das mit Frieden zu tun? Ich weiß es nicht. Hör zur dunklen Macht, die nur Frieden der dunkle Ritter auslösen kann. Vernichte mit dem Dark Freia Gegner, die sich außerhalb deiner Reichweite befinden. Sammle mit A Energie. So soll es sein. Hier habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Zack. So. Leuchtet sogar, cool. Gefällt mir. Das ist toll. Ähm... Erstmal wieder runter in den Raum mit den Liften. Seilbahn halt. Und dann müssten wir auch schon... Ja, genau. Wir sind wieder in diesem Raum. Mit nämlich einem einzigen Gegner, den wir damit vernichten müssen. Und dafür brauchen wir die Kraft eigentlich nur. Aber sie ist ja auch ziemlich hilfreich, finde ich. Und müsste ein Endgegner, ist die, glaub ich, ziemlich gut die Kraft. Wenn man sich Zeit lässt, aber das sollte man nicht immer unbedingt... Oh, ich bekomme sogar einen Schlüssel, hab ich gerade gesehen. Ja, genau. Du hast nun den Aufzugschlüssel. Achso, keine erhalten, okay. Du hast nun den Aufzugschlüssel. Kurz und knackig. Und jeder, was du was gemeint hast. Das ist toll. Hm... Ach, verdammt, da hätte ich gleich hochrein können. Ja. Ja, genau, hier hat sich alle Gegner vernichtet. Hm... Ja, jetzt müssen wir erstmal den ganzen Weg zurück. Und dann... ...können wir... ...auch mit dem Aufzugfahren. Bla, 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 bla... Und ich komm jetzt echt... Oh, das kotzt mich jetzt auch echt an, irgendwie grad. Dieser Weg. Und ich bin schon zurück. Ähm, wenn ich's jetzt finde, es müsst ihr links... Ne, hier, okay. Das glaub ich auch noch ausrüsten. Okay, ich sollte mal... ...Juwelen zum Jubilier bringen, wenn ich ihn finde. Wär... ...gan... Das ist nützlich eigentlich. Der Aufzug. Und wie sein Haar föttern. Und der ist doch gar nicht gesichert. Der Arme kann da doch einfach runterfallen. Und wir hätten fast kollidieren können mit diesem anderen Aufzug. Oder er hätte sich den Kopf anhauen können. Hier gibt es auch keine... Hä? Naja, geht's jedenfalls runter. Und... ...hier gibt's Gegner. Ah, Wurmis. Jetzt hab ich keine Probleme mit euch. Jetzt hier so als... ...edler Ritter. Okay, so edel ist er nicht, aber trotzdem... ...dann ist was geleuchtet. So, hast den Minenschlüssel gefunden. Hä, hätt ich den nicht... Ah, ne, ich hatte Aufzugsschlüssel, oder? Ja, Aufzugsschlüssel hatte ich. So. Hm. Ja, okay. Nochmal Angriff verbessern. Ähm. Da muss jetzt auch schon ziemlich stark sein. Ich mein, ich zähle den ja auch schon ordentlich. Noch einen. Okay, gehen wir erstmal hier rein und dann mit dem Minenschlüssel. Okay, das braucht jetzt echt nicht. Oh ja, super. Ey, weißt du was? Geh zu deiner Mami Flan, echt. Ich bin's neidend, auch mit dir hier. Weil ich euch Dinos war nicht so schlimm fand. Ey, du musst doch jetzt nicht echt... Oh. Ich kotze echt gleich bald so. Aua. Voll reingelaufen. Sehr intelligent. Hm, ich bestürze irgendwie. Und schon wieder Energie. Yippie. Und... Was gibt's denn jetzt schon wieder? Das ist der zweite Schlüssel... ...zur... ...Mine. Okay. Okay, okay. Und jetzt gehen wir diesen Weg auch wieder zurück. Einsegen. Perfekte Ironie. Hm. So. Was ist das für ein Schwert eher? Naja, egal. So sei es. Hä, aber jetzt hab ich doch noch einen. Oder was? Ach ja. Ich bin's einfach so befreien und ihr werdet gar nicht bewacht. Remus, war das nicht der aus der Stadt? Imas ist... ...sauber aus der Stadt. ... ...siegt mit selbst. Und das ist doch das Inka-Lied, oder? Ich bin ja, man hat mir grad erzählt ein neues, fremdartiges Lied oder so. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht gibt es jetzt auch dran. Äh, bla bla bla. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es jetzt auch da dran. Oh, was wollte ich grad sagen, verdammt. Und wer sitzt der Flöte? Ich denke, ich muss doch jetzt nicht noch als Wilder noch mal hin. Oh, du, 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 du. Ah. Ich blieb mal vor. Zack. Oh, der muss aber auf dem weiten Weg da zurücklegen mit dem Ding. Kommt man zu den anderen Lüften hin? Zack, jetzt sind wir wenigstens ziemlich nah am Ausgang. Ja, so lang war die Diamanten-Bine jetzt doch gar nicht. Einer in der Parts oder so. Wir haben mal wieder alle Gegner eliminiert auch. Das ist sehr schön. Krieg mir Juwelen. Und das ist toll. Äh, zurück nach Schwier. Okay. Also Leute, ich mach Schluss an dieser Stelle und such schon mal den Juwelär. Dass wir die, ähm, ähm, na, Juwelen zurückbringen, äh, also hinbringen können. Und, ja, und da fang ich dann den nächsten Part an. Also, bis dann. Auf Wiedersehen.